Die Profis und das Trainerteam vom SC Freiburg haben heute die Füchsle-Tage in der Freiburger Fußballschule besucht. Die Trainingseinheiten bei der Talentsichtung des Bundesligisten werden von Jugendtrainern des Sportclubs geleitet. Heute waren die Jahrgänge 2003 und 2005 im Einsatz. Morgen können Junge und Mädchen des Jahrgangs 2004 teilnehmen. Dafür gibt es noch wenige freie Plätze. Anmeldungen sind über die Internetseite des SC Freiburg möglich.